Jedes Zustandsdiagramm besteht aus einer ähnlichen Anzahl von Zuständen. Sehen wir uns jetzt genauer an, welche Arten von Zuständen es gibt und was man in jedem Zustand definieren kann. Der Status eines Objekts, in dem es sich dauerhaft befinden kann, wollen wir als Zustand bezeichnen. Wie in den vorigen Beispielen bereits gesehen, modellieren wir einen Zustand als Rechteck mit abgerundeten Ecken. Diese wollen wir auch als echte Zustände bezeichnen, also Zustände, die wir wirklich modellieren wollen. Zusätzlich gibt es noch einen weiteren Zustand, in dem sich das System dauerhaft befinden kann, nämlich den Endzustand. Ein Endzustand ist charakterisiert dadurch, dass es keine ausgehenden Transitionen mehr geben kann. Nehmen wir beispielsweise noch einmal unsere Digitaluhr her. Wir führen das Ereignis ein, Uhr und deren Oberfläche und Knöpfe mit dem Hammer zu zerstören. Dann existiert prinzipiell das Objekt Uhr noch, jedoch bin ich am Ende angelangt. Ich kann mit der Uhr nichts mehr machen. Das wäre ein Beispiel für einen Endzustand. Im Zustandsdiagramm ist der Endzustand ein Zustand, in dem ich mich dauerhaft befinden kann. Das ist im Aktivitätsdiagramm nicht so, da ist es ein Pseudo-Zustand. Aber auch im Zustandsdiagramm gibt es Pseudo-Zustände. Das sind Zustände, in denen ich nicht dauerhaft verharren kann. Da wäre einmal der Startzustand. Mithilfe des Startzustands lege ich fest, mit welchem echten Zustand ich nachher starten werde. Es gibt auch das Konzept der flachen und der tiefen History-Zustände. Diese werden wir in einer eigenen Einheit näher betrachten. Von geringerer Bedeutung sind die folgenden Pseudo-Zustände. Parallelisierungsknoten und Synchronisierungsknoten spielen eine große Rolle bei Aktivitätsdiagrammen, jedoch nicht beim Zustandsdiagramm. Das gleiche gilt für den Terminierungsknoten. Von der Verwendung von Entscheidungsknoten im Zustandsdiagramm würde ich sogar abraten. Diese würde ich nur im Aktivitätsdiagramm verwenden. Während man sich in einem Zustand befindet, können auch Aktivitäten ausgeführt werden. Jedoch muss jede Aktivität immer noch durch ein Ereignis getriggert werden. Das bedeutet, es gibt auch Ereignisse, die keinen Zustandsübergang auslösen, sondern nur eine Aktivität innerhalb eines Zustands starten. Und da gibt es schon drei vordefinierte Ereignisse oder Events, nämlich Entry, Exit und Do. Entry bedeutet, beim Eingang in einen Zustand wird eine Aktivität ausgeführt. Das heißt, nach Eintreten in S wird diese Aktivität ausgeführt. Ähnlich dazu Exit, nur halt nicht am Anfang, sondern am Ende. Bevor ein anderer Event das Verlassen des Zustands S triggert, wird als letztes noch diese Aktivität, die nach Exit angegeben ist, ausgeführt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Do als Event anzugeben. Das bedeutet, eine entsprechende Aktivität wird ausgeführt, wenn sich das System in dem Zustand befindet. Bedeutet, diese Aktivität nach Do wird ausgeführt, solange ich in S bin, permanent und kontinuierlich. Außer es handelt sich um eine Operation, dann wird die natürlich nur einmal ausgeführt. Das dauert so lange, wie eben die Operation Zeit benötigt. Natürlich kann ich innerhalb eines Zustands auch jegliche anderen Ereignisse, Events anführen. Das heißt, ich könnte auch hier anführen, Knopfdruck slash Activity. Dann würde durch einen Knopfdruck nicht ein Verlassen des Zustands S getriggert werden, sondern eben eine Aktivität innerhalb von S wird ausgeführt. Sehen wir uns noch ein kurzes Beispiel dazu an. Den Hörsaal kennen wir schon. Der Hörsaal hat zwei Zustände. Einmal den Zustand, dass er frei ist und einmal, dass er besetzt ist. Im Zustand frei haben wir angegeben, Do display as available. Bedeutet, es soll, während man sich in diesem Zustand befindet, eine grüne Glühbirne leichten. Durch die Operation Occupy gelangen wir in den Zustand Occupy. Und beim Eintritt in diesen Zustand wird die Benutzungsreservierung noch einmal gespeichert. Während man dann im besetzten Zustand ist, gilt display as occupied. Sagen wir mal, es wird eine rote Glühbirne leuchten, während man in diesem Zustand ist. Und wenn ich dann die Operation release aufrufe, führt das zum Verlassen von Occupy und man gelangt wieder in free. Jedoch bevor ich Occupy noch verlasse, wird die Reservierung gelöscht. Und danach komme ich erst wieder in den Zustand free. Zusammenfassend kann man sagen, wir wissen nun, was ein Zustand ist, wie er notiert wird und was alles bei einem Zustand angegeben wird. Im Zustandsdiagramm ist jedoch der Wechsel zwischen Zuständen entscheidend. Dementsprechend liegt es nahe, uns als nächstes die Zustandsübergänge anzusehen.